Es wird oft über Basic-Techniken gesprochen. Die Frage ist nur, was sind die Basic-Techniken beim MMA? Wie wichtig sind die Basic-Techniken? Wie oft sollte ich die trainieren? Gibt es überhaupt Basic-Techniken? Und wenn ja, wer entscheidet das? Ich denke, kaum einer wird einen Zweifel daran haben, dass ein Double-Leg-Takedown oder ein Jab eine Basic-Technik ist. Wahrscheinlich wird euch kein Trainer, den ihr findet, sagen, einen Jab brauchst du nicht, Double-Leg-Takedown brauchst du nicht. Flying-Armbar sieht das schon anders aus. Wenn ich eine Flying-Armbar lernen will, ist die Frage, ob ich das unbedingt brauche beim MMA. Ich glaube, da sind wir uns relativ einig, dass ich da einmal Basic-Techniken habe, einen Jab und einen Double-Leg-Takedown und einmal habe ich etwas sehr Spezielles, was ich nicht unbedingt vielleicht brauche. Wenn man sich jetzt Kämpfe anguckt, wenn man die UFC verfolgt, Bellator, ach, all die großen Veranstaltungsreihen, wenn man die regelmäßig guckt, dann sieht man im Grunde genommen immer die gleichen Sachen. Man sieht zu 90% die gleichen Techniken. Ob das beim Striking ist, ob das am Boden ist, ob das ringerisch ist, ob das am Cage ist, was ja auch ringerisch ist, es sind so zu 90% die gleichen Sachen. Und meines Erachtens sind das die 90% Basic-Techniken. Das ungefähr 90% nagelt mich nicht fest auf 90%, vielleicht sind es auch 91%, aber es sind so um die 90%, die eigentlich klar sind, wo jeder sagt, ey, das brauche ich, das sehe ich immer wieder, das muss ich offensichtlich auch können und lernen. Die Frage ist jetzt, wie kann ich denn selber beurteilen, was eine Basic-Technik ist? Und im Grunde genommen muss ich mir nur zwei Fragen stellen. Grundsätzlich erstmal, MMA oder überhaupt miteinander zu kämpfen, ist immer eine Sache von Wahrscheinlichkeiten. Wie wahrscheinlich ist es, dass eine gewisse Situation überhaupt vorkommt? Und wie wahrscheinlich ist es, dass ich eine Technik habe, um in der Situation klarzukommen? Wenn eine Situation extrem selten vorkommt, dann muss ich diese Situation schon mal weniger lernen, als eine Situation, in der ich mich immer befinde. Wenn ich dann die Situation habe, dann muss ich mich fragen, ist die Technik, die ich in der Situation trainiere, denn auch wirklich effektiv und sinnvoll, ist das eine Technik, die mich aus dieser Situation rausbringt? Und wenn ich eine Technik habe, in der Situation, dann hat die mein Gegner mit Sicherheit auch. Dann ist die nächste Frage wieder, welche Technik habe ich dagegen, die wirklich effektiv und gut dagegen arbeitet? Das sind so die Standardfragen, das sind so die Überlegungen, die ihr anstellen müsst, um zu sagen, okay, das ist für mich effektiv oder nicht. Und wenn ich mir jetzt so eine Flying-Armbar angucke, dann kann ich allein aufgrund dieser Überlegung sagen, okay, würde ich jetzt nicht den Fokus im Training drauflegen. Okay, wer jetzt in diesem Video erwartet hat, dass ich jetzt so eine Abhandlung mache, so das sind die Basic-Techniken, die müsst ihr auf jeden Fall können und die anderen müsst ihr nicht können, das kann ich nicht. Wie gesagt, ich behaupte, dass 90% vom MMA ziemlich klar ist, dass 90% der Techniken, da gibt es wenig Streit drüber, es gibt immer ein paar Nuancen, es gibt immer so ein paar Spielereien, wo man sagt, das ist für mich aber auch, weil so und so oft Kämpfe damit gewonnen wurden, ein anderer sagt, das ist doch nicht so mein Bereich. Da gibt es immer Diskussionen, ganz klar, da gibt es keine klare Regel. Das ist das Schöne beim MMA, dass es sich auch weiterentwickelt. Aber es wird keine riesengroßen Überraschungen mehr geben. Dafür kämpfen wir zu lange, dafür gibt es diesen Sport schon zu lange und er wird sich weiterentwickeln, aber es wird nicht auf einmal so sein, dass man sagt, wow, das ist ja eine Technik, die ist ja unglaublich, damit schlage ich ja jetzt plötzlich alle. Das wird nicht passieren. So ein paar Game Changer gab es, das sind zum Beispiel Calf Kicks, die haben ganz viel diesen Sport auf einmal verändert, mittlerweile so sehr verändert, dass viele sich auch die Beine dabei brechen und zwar derjenige, der den Calf Kick macht. Das sind aber so Sachen, das sind diese Entwicklungen. Der Calf Kick an sich ist aber eigentlich nur ein Low Kick, der etwas tiefer getreten wird. Jetzt kommen wir aber zu einem ganz, ganz wichtigen Punkt, für mich der entscheidende Punkt. Es gibt tausende von Techniken, es gibt so viele Techniken, die ihr trainieren könnt, egal ob im Striking, gerade auch am Boden, da gibt es so viele Positionen, da gibt es so viele Sachen, die ihr lernen könnt. Die Frage ist doch, ist jemand besonders gut, weil er möglichst viele Techniken kann oder ist jemand gut, der die wichtigsten Basic-Techniken kann, diese aber an den Mann bringt oder an die Frau? Wenn ich einen Jep machen kann, das erkläre ich dem Anfänger innerhalb von einer Stunde, dann macht der, wenn er einigermaßen koordinativ ist, einen anständigen Jep. Dann ist nicht Weltklasse vielleicht, aber es sieht aus wie ein vernünftiger Jep. Da bin ich ziemlich sicher, dass man das hinkriegt. Den Jep jetzt aber im Sparring anzuwenden, den Jep ans Kinn zu bringen, da sieht die Welt ganz anders aus. Es ändert aber nichts daran, dass ein Jep eine Basic-Technik ist. Nur wie baue ich den Jep auf? Wie mache ich es taktisch so, dass ich damit treffe? Welche Möglichkeiten habe ich da? Und wenn ich nicht treffe, wie komme ich dann wieder weiter? Also all diese Ideen, wie ich meine Basic-Techniken Bulletproof mache, die sind wesentlich wichtiger in meinen Augen, als tausend verschiedene Techniken zu üben. Bruce Lee hat dazu mal gesagt, ich fürchte eher den Mann, der eine Technik tausendmal trainiert hat, als den, der tausend Techniken nur einmal trainiert hat. Und da ist ganz viel Wahres dran. Wenn ihr, sind wir wieder bei Khabib, wenn ihr euch Khabib anguckt, dann werdet ihr sehen, dass auch der Basic-Techniken gemacht hat. Der war bekannt für seine Takedowns, der war bekannt dafür, jeden runterzuholen. Jeder wusste, okay, ich muss oben bleiben. Guckt euch Conor McGregor an, der wollte bestimmt nicht mit Khabib auf den Boden. Und jeder wusste, was der Plan ist. Aber er hat es trotzdem geschafft. Er hat Conor McGregor runtergekriegt. Und all die anderen auch. Hat er irgendwelche speziellen Super-Techniken gemacht? Nein. Er hat Double-Legs gemacht. Er hat Single-Legs gemacht. Er hat Body-Lock-Takedowns gemacht. Was er gemacht hat, ist, er hat die miteinander kombiniert. Er hat nicht aufgehört. Er ist reingegangen. Er hat die vorbereitet. Das machen andere Kämpfer auch. Auf jeden Fall. Ganz klar. Aber darum geht es ja. Es geht ja darum, diese Basic-Techniken miteinander zu verbinden. Diese Basic-Techniken so ranzubringen, dass ich vorher fake, dass ich was anderes mache, um dann doch zum Ziel zu kommen. Der Vorteil ist, wenn ich meine Basic-Techniken habe, und die verbessere ich immer mehr, die mache ich Bulletproof, dann habe ich eine Basis an einer Grundtechnik, einer gesamten Grundtechnik, auf die ich mich immer verlassen kann. Ich weiß, dass das mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit, und da sind wir wieder bei diesen Wahrscheinlichkeiten, dass das mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit funktioniert. Dass ich also zu 80, 90% in diesem Kampf gar nicht scheitern kann, weil ich diese Basics habe. Wenn ich jetzt aber anfange, immer mehr Techniken einzubauen, weil ich zum Beispiel den Double-Lock-Takedown gar nicht so intensiv trainiert habe, dass er bei mir funktioniert, und ich denke, ich muss unbedingt mal was anderes machen, Double-Lock liegt mir nicht so, der liegt dir vielleicht nur nicht, weil du ihn zu wenig trainiert hast. Wenn du dich irgendwann mal fragst, warum kriege ich den nicht durch, oder warum kriege ich den nur bei manchen durch, bei dem anderen aber nicht, dann arbeite genau an diesem Problem. Dann frag dich genau, warum bin ich heute gescheitert? Lag es am Timing? Lag es gar nicht an der Technik? Oder vielleicht lag es doch an der Technik? Lag es am Finish? Lag es daran, dass der andere sofort wieder aufgestanden ist, und ich ihn nicht am Boden halten konnte? Zu jeder Technik, zu jeder Basic-Technik könnt ihr euch so viele Fragen stellen, warum es nicht geklappt hat. Aber statt sich die Frage zu stellen, warum diese Technik nicht geklappt hat, die eigentlich ja weltweit überall gemacht wird, wenn ihr euch diese Fragen nicht stellt, sondern den Fokus auf neue Techniken legt, und immer wieder neue Techniken lernt, und immer wieder sagt ihr euch, das hat nicht geklappt, dann mache ich das, dann mache ich das, dann mache ich das, und ihr googelt Videos, und ihr guckt bei YouTube, und ihr findet tausend Techniken zu einem bestimmten Thema, und die findet ihr. Ich verspreche euch, ihr findet zu jedem Thema tausend Techniken, tausend Nuancen, tausend Ideen, findet ihr alles. Dann habt ihr aber zwei Probleme. Wenn ich anfange, meine Repertoire und Techniken immer weiter aufzupumpen, dann habe ich weniger Zeit, die wirklich effektiven Techniken zu trainieren. Ein total einfaches Beispiel. Wenn ich heute eine Einheit habe, und ich will eine Stunde trainieren, und ich will heute nur den Double-Leg-Takedown trainieren, dann habe ich eine Stunde intensives Training für den Double-Leg-Takedown. Wenn ich jetzt hingehe, und ich trainiere auch den Body-Log, dann habe ich nur noch eine halbe Stunde für beides. Und wenn ich das jetzt hochrechne, auf ganz viele Techniken, dann wird die Zeit immer weniger. Das heißt, in meinen Augen ist es effektiver, eine Stunde lang den Double-Leg zu trainieren, in verschiedenen Varianten, in verschiedenen Arten, und den so sicher zu machen, dass ich weiß, darauf kann ich mich verlassen. Das soll jetzt nicht heißen, dass der Body-Log nicht auch eine Basic-Technik ist. Der Body-Log ist natürlich absoluter Standard. Auch den muss ich trainieren. Aber daran sieht man, wenn man jetzt den ganzen Sport sieht, der ist so komplex. Wir haben Striking, wir haben Cagework, wir haben den ganzen Boden. Nicht nur das Grappling, sondern auch noch die Ground-and-Pound-Geschichte. Wir haben Takedowns, wir haben Takedown-Defense. Aus allem, was wir haben, haben wir Verteidigungs- und Angriffselemente. Und wenn man aus allen Bereichen und aus allen Positionen, die es am Boden gibt, nur die Basic-Sachen rausnimmt, wow, dann haben wir schon eine ganze Menge an Techniken, die wir trainieren müssen. Und die Techniken, fit für den Kampf zu machen, das ist ein Riesenhaufen Arbeit. Also verliert euch nicht in zu viel Techniken. Ihr könnt eh nicht alle lernen. Ihr habt keine Chance, tausende Techniken zu lernen. Ihr könnt die euch mal angucken, ihr könnt die mal machen. Aber dass die im Kampf funktionieren, das wird nicht klappen. Das geht nicht. Was ich damit sagen möchte ist, gebt nicht auf, nur weil eine Technik mal nicht funktioniert. Nur weil ihr schon ein paar Wochen den Double-Age-Takedown oder den Japp trainiert und trotzdem steht ihr im Sparring und ihr kriegt diesen Japp einfach nicht ans Kinn oder an den Kopf eures Partners oder Gegners, dann liegt es am Distanzgefühl, dann liegt es am Setup, dann liegt es nicht daran, dass der Japp schlecht ist. Ein weiter wichtiger Punkt ist, wenn ihr viele Techniken lernt, ist, es gibt einen Unterschied zwischen Holistik und Details. Holistik bedeutet, dass ich das grundsätzliche Schema verstanden habe, dass ich die Idee hinter einer Technik verstanden habe. Da gehe ich auch wieder auf den Takedown. So gut wie jeder Takedown funktioniert darüber, dass ich den Körperschwerpunkt des anderen aus dem Gleichgewicht bringe und er dadurch fällt. Und das funktioniert bei fast allen Takedowns über Druck und Zug. Wenn ich diese Idee im Kopf habe, wenn ich weiß, ich muss irgendwo ziehen und irgendwo drücken und ich muss seinen Körperschwerpunkt aus dem Gleichgewicht bringen, dann ist das etwas Grobes, was ich beim Double-Age-Takedown, beim Single-Age-Takedown, beim Body-Lock, was ich immer wieder trainieren kann und selbst wenn ich technisch dann, und jetzt kommen wir zu den Details, das war jetzt Holistik, wenn wir jetzt die Details betrachten, wenn ich jetzt technisch manchmal ein Detail, dann habe ich das nicht mehr so richtig drin, wie muss die Hand nochmal, wo muss das, dann reicht oft das Grobe, dann reicht mir oft die Idee, verstanden zu haben, warum mache ich denn überhaupt diese Technik. Holistik bedeutet also das Prinzip, die Idee hinter der Technik verstanden zu haben oder hinter der Position. Details bedeutet, dass ich mich in der Situation befinde und die grobe Idee nicht mehr reicht und die Details dafür sorgen, dass die Technik am Ende dann doch klappt. Aber jetzt genau merkt ihr vielleicht das Problem. Wenn ich ganz viele Techniken habe, wie soll ich denn dann die Details trainieren? Grob kann ich ganz viele Sachen machen. Ich kann ganz grob mal zeigen, hier das ist ein Armbar, das ist das, das ist dies, das ist jenes, das ist gar kein Problem. Aber in die feinen Details reinzugehen, das kann ich nur, wenn ich meine Techniken reduziere, wenn ich die Details dann auch wirklich drauf habe und wenn ich die dann auch noch für einen Kampf fit mache. Denn das ist der nächste ganz, ganz große Punkt. MMA erzeugt Stress. Kämpfen erzeugt Stress. Keiner geht einfach dahin und denkt, ich habe einen Ruhepuls von 45 und ich mache jetzt einfach mal einen Kampf. Ihr seid am Limit. Gerade wenn ihr anfangt, gerade wenn ihr Amateure seid, mit der Zeit wird es immer besser. Aber gerade in den ersten Kämpfen, da werdet ihr euch nicht wiedererkennen. Ihr werdet, wenn ihr wisst, ihr kämpft in drei Wochen, werdet ihr drei Wochen lang an nichts anderes mehr denken als an diesen Kampf. Das wird euer Leben bestimmen. Das ist so. Bei dem einen ist es etwas mehr, bei dem anderen etwas weniger, aber es erzeugt extrem Stress. Und dieser Stress, das ist im Leben immer so, nicht nur beim MMA, Stress macht doof. Stress sorgt dafür, dass wir nur noch funktionieren. Je höher der Stress ist, desto weniger funktionieren wir und desto gröber wird alles. Wir sind nicht mehr feinfühlig, und auch nicht mehr feinmotorisch, wenn wir viel Stress haben. Je mehr Stress wir haben, desto gröber wird alles. Als ich meinen ersten MMA-Kampf hatte, stand ich da, habe mit dem Japp gestartet und ich habe gedacht, ich mache diesen Japp zum ersten Mal in meinem Leben. Es fühlte sich einfach furchtbar an. Und das ist Stress. Da war ich aber froh, dass ich diesen Japp ungefähr 10.000 Mal schon gemacht habe. Hätte ich jetzt irgendwelche Techniken machen müssen, die ich nur 2-3 Mal gemacht habe, dann wäre ich ja kläglich gescheitert. Macht eure Techniken bulletproof. Macht eure wenigen, möglichst wenigen Techniken. Und wie ich gesagt habe, es ist schon eine Menge beim MMA. Macht eure möglichst wenigen Techniken, sucht euch die raus, macht die bulletproof, sodass die im Stress funktionieren. Macht das Grobe so bulletproof, dass ihr wisst, ihr habt eine Base. Wenn die Feinheiten dann auch noch stimmen, im Kampf, dann seid ihr richtig gut. Dann seid ihr richtig weit. Denn das unterscheidet oft den Anfänger vom Fortgeschrittenen. Der Fortgeschrittene ist einfach stressresistenter, der ist einfach cooler, hat natürlich über die Zeit noch mehr die Techniken trainiert und kann dann auch die erforderlichen Details im Kampf anwenden. Beim Anfänger ist erstmal das meiste alles recht grob. Und wenn ich dann meine Techniken nicht vernünftig trainiert habe, werde ich scheitern. Das Fazit von dem Video ist, für mich lernt lieber weniger, aber lernt das wenige gute, effektiv, so dass es für euch sicher ist. Lernt nicht zu viel, verliert euch nicht in tausend Techniken, bleibt einer Technik treu und überlegt, warum die nicht geklappt hat bei euch, warum die aber bei vielen anderen super funktioniert und warum die jeder im Kampf macht, nur ihr vielleicht nicht. Denn wenn ihr euch in zu viele Techniken verliert, dann werden euch Details fehlen, dann wird euch der Überblick fehlen, dann fehlt euch das Training, dann fehlt euch die Wiederholungszahl, dann fehlt euch der Gedanke an die Technik, dann fehlt euch das Verständnis für die Technik. Und dann werdet ihr mit noch so vielen Techniken keinen Erfolg haben. Am Ende bin ich auf eure Meinung gespannt. Wie seht ihr das? Was sagt ihr zu Basic-Techniken? Sind Basics das zentrale Thema? Ist das das Wichtigste? Was sind für euch Basic-Techniken? Oder seht ihr das Ganze ganz anders? Ich bin sehr gespannt. Schreibt es in die Kommentare. Wir sehen uns nächsten Mittwoch.